Hallihallüchen, Puppöchen, Gronkos, Honkos, wir sehen uns gerade nicht, aber wir sehen uns hier zu einem neuen Part von Scribble.io Ja, Mensch, Benni is choosing a word Ach, für dieses Spiel verarscht uns, ey Mal gucken, ob wir das Wort rausfinden, ohne dass, ja, dein Ernst, ohne dass wir das Benni drawt Hä? Eis, Eis, Eis Das könnte sogar machbar sein Eis, Eis, Baby Ach, Benni drawt sogar Hä, Benni, hallo? Ja Ja, grob Was, was war das denn, Alter? Ohne Bennis Zechnung war es irgendwie einfacher Ja, voll grad sagen Hä? Hä? Ich nehm's zurück Ah, okay, nein Hä? Äh, voll die Kulturel, solche Türen im Schurz aus Ja, aber was soll denn das sein? Ohhhh Achso Äh Ah Das ist die beschissenste Bar, die ich echt so Was so ist das, Mann? Was ist das? Wo sind Shamus und Cesaro? Echt so Ich glaube, es war einfacher gewesen, als das Es ist halt echt so einfach ein Typ mit nem fucking jungen Platz kommt mit Lass dir nichts erzählen, das war gut, das hast du gut gemacht Alles klar Nein, erstmal doch runter für Kady gehen Kady Schule oder Schwule? Weiß Für schwule Schulen Schulen, schwul, schwul Äh, schaukel mit nem Teufelsschwanz Periode Periode Ja 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 Easy Sind das deine Hände oder ist das ein Pfeil? Ist das Wort Mensch? Ich hab wohl ganz zacken Ich darf ja nichts mehr sagen Äh Warum meibst du das denn jetzt weg? Ich stell auch nur doofe Fragen in den Raum Ich hab's nochmal schön hinmachen wollte Du brauchst gar nicht mehr zeichnen, das war echt perfekt gemalt Ja, ist okay Das ist fake What the fuck, Alter, die Nase Hä, was ist denn das? Der Vorgang war gemeint Schlingen Was können die Schaukel sein? Warum gibt es denn rote Schaukeln? Ja Ja Das war die... ALT Ah, das können wir mal probieren Ja, ich hätt ja auch Werbespot nehmen können Oder Schwulen Das hätt ich glaub ich erraten Nette Parallelogramm Und ich versage grad den Rechtschreibung wahrscheinlich Ist aber kein Parallelogramm Hund, Katze, Muas Hä, war... Ah ne, das ist ein Trapez, ne? Ja Hast absolut recht Okay, und Selbstmord Ja, Selbstmord Wie schreibt man denn das? Wie schreibt man denn das? Wie schreibt man das mit ihr? Dom Teuer finde ich aber auch echt geil Ja, Dom Teure Und dann schreibt der Song bei Tom Teuer Tom Teuer Tom Teuer Tom Teuer Dom Tendo Ja, Dom Tendo Keine Ahnung, wie man schreibt Dom Teuer Ja Ach, mit einem Pee Ja, Dom Teuer Ja, Dom Teuer Aber nicht schlecht, aber ich habe dich unterschätzt in dieser Angelegenheit Ich, ich, ich fand das aus wie nur Domine Das ist interessant, ne, weißt du, die simpelsten Wörter in Deutsch fallen mir nicht ein Also hattest du das gar nicht erraten? Aber Dom Teuer fällt mir nicht eine Milch ist Gift Ja, Milch ist Gift Simon Unge Hallo, achso Also, ne, ich trinke ja jeden Tag nur und ich sterbe langsam Da hat übrigens schon ein Video rausgehauen, dass sie inzwischen nur... Öl ist Gift Yes Yes Mal dem armen Ding mal ein Gesicht Ich brauch's nicht Ja, Bär, die braucht noch ein bisschen, mal dem jetzt ein Gesicht, ich vertraue dir Also, wie wir alle wissen, ist Milch Gift, also die haben auch kein Gesicht Siehst du? Wo sind die Ohren? Wo ist der Euter? Wo ist der Euter? Wo ist der Euter? Genau, wo ist der Euter? Das ist das Wichtigste, Sam Wo ist der Schmerz? Gibt's? Jawoll Wo ist das Gift? Wo ist das Gift? Wollt, da Bär nicht Das ist so penetrant im Bild, das ist richtig gut gemalt Noch Bär nicht, ey Bär nicht schickt Bär nicht schickt Ja, das sieht man Bärnhard Diener, was machst du denn? Hä? Bäh Bäh Fähig nicht nett Was? Oh mein Gott, das kann auch nichts werden, ne Ähm Mensch Wie, 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 wie? Gott, wie malt das denn sowas? Ich hätte ich, oh Gott Wenn man denkt, man weiß, wie etwas aussieht, aber dann weiß man doch nicht, wie es aussieht. Ja, Penis, wie sieht es aus? Ich werde Penis jetzt nicht in die Google-Suche eingeben. Doch, mach mal bitte. What's the, Junge? AR-15, wie wir alle wissen, das beste Gewehr auf der weiten, weiten Welt der Vereinigten Staaten der USA. Das Grinsen, ey. Töten. Boah, das wurde zu lang. Helm, was... Ah, ich weiß nicht, das ist sehr schön. Ach so. Äh. Da fehlt der Hut, Selin. Der ist schon gut. Was soll das denn sein? Grüne Kleidung. Es sieht aus, als würde die Kretze auf ihm wachsen. Ich könnte... Das Air sollen wir jetzt aber ein, die Kuppe, das Air, Alter. Ja, ist gut, ist gut. Wir haben hier einen Hut. Das tragen Jäger nicht für den Hut. Ob Cecilia auch gekämpft hätte. Ich kriege den Jägerhut? Also, Cecilia hätte ich gemalt, wenn irgendwie so Leute wie Mario so nicht hier wären. Ja eben, das ist echt so. Erstmal, erst mal 4th wall. So Leute wie Mario, was soll das denn sein? Ja, sorry, ist ein Running Gag. Den versteht man. Den versteht man. Oder wahlweise auch Insider. Eine, wo... Das wäre halt sehr unfair gewesen, Mario und Sub gegenüber. Hä? Okay. Mehr muss ich nicht machen. Tee Kessel. Ähm... Achso. Tee Kesselchen. Die Perser mit ihrem Tee. Hm, der ist echt lecker. Tee ist auch lecker. Aber schwarzer Tee ist nicht lecker. Kommt auf den Tee an. Nein, der schwarzer Tee ist nicht lecker. Manche ja, aber die meisten. Okay, warte mal. Wie kann ich komplett weiß machen? So. Auf den Mülleimer. 69. Ist schon wieder so lang das Wort. Das Haus von Nikolaus. Von Nikolaus. Tipp, 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 tipp. Guck mal, das macht ich schon. Das ist der kleinste Wendung. Das ist echt süß. Einwohner melde an. Bam. Hm. Sandkasten hatten wir ja schon. Erstmal Sandkasten schreiben. Das hatten wir auch schon mal. Das Wort, ja wow. Mensch, meine Güte. Woher soll ich denn wissen, dass wir das Wort schon mal hatten? Wir hätten es im Garten malen sollen. In ADHS hatten wir das noch nicht. Ja, der ist mir sehr sicher. Ja, das sind Kinder, die an Bäumen in der Nähe. Ja, wirklich. Oder die so bis zum Kopf in so einem Rübenfeld stecken. Das ist auch eine Idee, ja. Hä? Und färbt man denen die Haare grün? Oder als erstens ein Kind, zweitens ein Garten. Den Kindgarten. Das hat doch jeder gerade erraten, oder? Ja. Okay. Greis. Die Eck. Smugface. 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 Okay, Bär niemals. Okay, Bär niemals. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Okay. Selbstmord. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Schiebt der sich gerade irgendwie Scheiße in den Mund, oder was? Was soll das werden? Kotz. Kotzreiz. Jawohl. Loll, tatsächlich. Äh, was? Echt? Hä? Hä? Hm? Lava nicht. Das ist es wirklich? Ja. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt! Ich weiß nicht, wie das geschieben wird. Hallo! Ich hoffe echt nicht. Wuhu zuhela! Achso. Entschuldigung, Kumpa. Ich hab das, nee, vor allem zweimal... Wuhu zuhela! Super! Einfach wie man spricht, Kumpa! Ich hab's, ich hab's, äh... Ja, ich hab's immer Wuhu zuhela genannt. Wuhu zuhela! Du hast immer Wuhu... Du hast dieses Zu noch davor geraut, obwohl's einfach nur C-la ist. Ja, glaub, dass ich keine eigene Namen benutzt darf. Und das, das U hab ich immer halt irgendwie so geschrieben, in dem Sinne. Ja. Warte. Ich darf jetzt natürlich keinen eigenen Namen benutzen. Der ist echt so. Hm. Reicht schon. Reicht schon, meinst du? Was ist denn dat? Ich darf heute auch keine Buchschaben schreiben. Du kannst... ... bevor ihr überlegen sollen. Ich wollte beim Kindergarten auch gleich gerade Kita ranschreiben. Hä? Wow! Ja, sorry! Wow! Kannst du weitermalen? Wow! Blauer Kasten! Mit, ähm... Du hättest nicht so ein Dach drauf malen können! Wow! Ja, sorry! Ich kann nicht weitermalen! Ja! Ich bin halt unfähig! Ausmalen, Fenster rein! Ja, da können wir... können wir ihn kicken oder so, bitte? Boah, wie schön wäre das normal. Hättest ne scheiß schwedische Flagge und fucking keinen Tisch hinmalen können! Das... hab das auch schon wieder wusste, das ist doch ein Skandal! Ich hasste dich! So, ähm... Ja, danke! Habe ich jetzt auch verstanden! Du hast es verdient! Ist halt echt so! Du hast es wirklich verdient! Ich kann nicht weitermalen! Das ist komplett falsch! Das ist komplett falsch! Scheiße! Ja, was wollt ihr denn? Das war der Sinn! Eine schwedische Flagge! Und ein Möbelstück! Mehr hätten wir nicht gebraucht! Echt so! Oh, du könnt wohl damit Preise sehen! Außerdem, wir haben sowieso zwei verstanden! Ja, zwei! So, wes... Okay, Peace-Zeichen! Ja, und? Das ist so dumm! Das ist so schlecht! Wow! Das ist so dumm! Wow! Das ist so schlecht! Oh ne, ey! Das ist doch easy! Alter, ich geb's einfach ein! Ja, war easy! GG Replace! Ich geb's nur aus Spaß ein! Ich bin gut! Thanks for coming! Ja, Alter! Boah, ey! Ich geb's nur aus! Ich hätte es wenigstens ne Taube malen können! Echt so! Nein! Die hätte doch wieder keiner erkannt! Ja, eben! Hast du, Alter? Ja, okay! Noll! Easy! Bestes! Boah, nee! Ey, wach! Geil! Boah, nee! Ey, da fehlt ein essentielles Teil! Äh... Mal ihm doch einen roten Hut, bitte! Was? Warum? Ja! Ta-ra! Ja! Oh, sorry! Jetzt haben wir uns verraten! Nee! Doch, er weiß es noch! What the fuck ist das eigentlich? Oh, Benjamin Blümchen! Der roten Hut hat's rausgemacht! Der läuft auf zwei Beinen, okay? Awesome! Der war super! Ja, ich wollte ja auch hier den Elefanten malen! Nicht Benjamin Blümchen! Den Hut hab ich da nur wegen Jung gemacht! Der Hut hat's rausgerissen! Sonst hätte ich den ja auch ne Hose und Nobertail angezogen! Ja, echt so! Nee! Benjamin Blümchen als Exhibitionist! So, ähm... Benjamin Blümchen beim FKK-Strat! Oh, Ben! GG! Alter! Hey, Jungs! Was ist da los? So... Nö, das klappt bestimmt! Ach, Mann! So, los geht's! Oh! Ah! Brr, 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 brr! Komm schon! Natürlich! Also, ich find aber, die Verbindung vom Führerhaus zum, ähm, hinteren Bereich des Wagens, finde ich, sehr, sehr instabil. Ja, sehr... Also, es gibt, soweit ich weiß, sind diese Fahrzeuge nicht LKWs, sondern andere. Haben ne andere Form. Ja, das hat auch ne anderes Wortmeldung. Nein, jetzt sieht's ja nicht mehr aus. Also, jetzt erkennt man schon, was es ist. LOL! Ja, erstmal überfahren! Beste Art aller Zeiten! Wir müssen durch! Erstmal den Toten aber mal überfahren! Lasst euch durch! Ähm, mal schauen, ob ihr das, mal schauen, ob ihr das hinkriegt. So, ähm... Lastkraft war... AIDS! Ach, ne... Irgendwann muss die Berggandschacht richtig dann Lappel! Peru, Usbekistan... Dekubau! Ähm... Malorca... Super... Zaiyaa... Ich wusste, ich wusste es hab das, Schab! Gott! Ach so! Ich wusste es dann, ich... Schab-Bescha... 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 Ich hab erst überlegt, weil... Ist close! Da, boah... Nicht spoilern! Und? Was schreibt man denn... GAYS! 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 Nee, nee, Leute! GAYS SIR! GAYS SIR! GAYS SIR! GAYS SIR! Sag, das war mal dein Minecraft-Charakter! Oh, ne, schon wieder so ein langes Fort! Nein, es war Schlossfahrt! Das ist das Ding, was du beim Arzt in den Mund kriegst, wenn du dir Sachen guckst. Aber wie heißt das? Stäbchen! Jetzt sind da Nadeln dran! Damit's weh tut! Wir reden! Globale Erderwärmung! Ähm... Hm... Ähm... Ja, also ich würd jetzt sowas wie Hammer oder Axtei tippen, ne? Aber dieses Wort ist mir irgendwie zu... Oh mein Gott! Oh mein Gott! GAYS SIR! GAYS SIR! GAYS SIR! Hä? Ich, äh... Ich, ich, ich... Das Wort ist zu lang für mich! Ich, äh... Triple H! Oh... Toll! Warte... Es geht schon um das Ding, was? Vulkan Hammer! Der Vulkan Hammer! Da hab mir früher mal einen Dickimon gedacht! Entschuldig! Der bekannte Vulkan Hammer! Geht schon um das Ding! Jöln hier! Oh lo... Ne... Ne... Vorschlag Hammer, ja gut! Vorschlag Hammer hat doch keine spitze Seite, oder? Doch! Ja, Kopa war richtig! Nur auf Deutsch! Aber nicht... Also die... Die war ja zu spitz, aber die andere war noch ein bisschen abgeflacht! Ach Gott! Ich wusste halt nicht, wie es auf Deutsch heißt! Das war mein Problem! Ja, Vulkan Hammer ist doch easy! Ja! Echt so zu, du Mann! Und los! Das wär aber... Vulkan Hammer wär echt geil gewesen, ey! Das unten rechts, was du gemalt hast, das sah aus wie ein Vulkan, deswegen... Ne, ich wollte Steine! Also die wollte ich machen, ich wollte die kaputt machen, dass die so bröckeln, deswegen Vorschlag Hammer! Damit machen wir ja eher größere Arbeiten! Müssten sind Vorschlacken! Oh Gott! Komm, komm, komm! Tag! Watt! Boah, ich weiß nicht, wie man das nennt, Alter! Selbstmorgen! Mir fallen nur so kurze Worte! What the fuck! Faaah! What's up, du! Faaah! 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 Nein! Jetzt ist es echt easy! Nein, der ist es auch nicht! Was? Nein! Das ist das Schönste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe! Was ist das? Nein! Kann man eigentlich so nen Wurt sogar verkacken, Alter! Du hast sowas studiert! Und, und, und Kopa, Alter! Wirklich Kopa! Jetzt mal ohne Spaß! Und sowas studiert! Und das ist unsere Zukunft, ey! Das ist unsere Zukunft, ey! Nein! Ladies and Gentlemen, die Zukunft von Deutschland! Das Ding ist rot-weiß, Bernie! Vor allem Student! Kopa! Hat er sich grad erhängt? Schiffs! Oh Gott, wie male ich das denn? Das war alles scheiß, Dinger! Okay, das Problem war, ich hab beim ersten Mal das U vergessen und ich dachte, ich hätte schon Leuchtturm geschrieben und dann dachte ich, das wäre falsch und dann hab ich jetzt irgendwas anderes geschrieben. Lol! Leuchtturm! 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 Ich zeichnen! Dampf! Die waren alle scheiße! Ja, fang an! Malst du irgendwas? Ja, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll! Die waren alle scheiße! Jetzt malst du gar nix, oder was? Ja, ich, ich überlege, was ich zeichne! Achso, lol! Ich hab weiß genommen! Ja, okay! Dann überleg, bevor du drückst! Ja, ich weiß auch nichts, was ich... Jetzt wirst du aufhören! Jetzt wirst du aufhören! Ich weiß es nicht! Mal doch irgendwas! Ich kann nicht, ich weiß! Wie soll ich das machen? Kennst du das Wort nicht, oder was? Kennst du das Wort nicht, oder was? Ich kenn das Wort, natürlich, aber wie soll ich das zeichnen? Ja, irgendwas! Versuch es! Mach es in zwei Wörter und mal eins und zwei, keine Ahnung, mach's nicht! Alter, und der Typ ist zweit, ey! Ja, ich weiß halt, was andere zeichnen, aber wenn's für mich selber angeht... Probier's einfach, da... Ich kann nicht! Es geht nicht! Boah, Alter! Ich muss halt nicht glauben! Ich hasse es, wenn Menschen sagen, es geht nicht! Alles ist möglich, Alter! Ja, wie soll's so unsichtbares zeichnen? Harry Potter mit seinem Mantel, oder so, keine Ahnung! Ja, irgendwas, was willst du denn das Wort auch aus? Hättest du gesagt, hättest du das leer gelassen und hättest gesagt, ich bin fertig, hätte man drauf kommen können. Das stimmt. Ähm... Was war's sonst noch? Ich hab's schon vergessen, weil's so behindert war. Alter! Na dir, Gummina. Also, plötzlich verbissbar! Rage! Alles gut! Aua! Kann man nicht rauswirken? Ein arm Öhrchen! Nee, jetzt nicht mehr! Können wir noch Dani rauswerfen! Ja, können wir mal! Wir hatten die Chancen! Äh... Ey, das jetzt sogar funktioniert! Äh... Wie funktioniert das? Ja, aber wenn's komplett geschlossen ist! Ist ja auch nicht schwer zu machen, deswegen... Ähm, Dani, es wär besser, wenn du noch was zusätzlich machst! Nee, reicht! Durch den Flaggenmast! Und so, sonst ist es halt... Ich glaub, Dani wollte grad die österreichische Flagge machen! Ja, wollte! Nee, es ist weiß-rot-weiß-rot-weiß! Genau! Das war doch der Witz an der Sache! Ja! Trombus-weiß-rot-weiß-rot-weiß-rot-weiß! Genau! Boah, schon wieder Leuchtturm! Nee, man müde nicht! Oooooooooh! Jaa-woll! Das hat geholfen! 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 Ich weiß... Ich weiß es, weil Zap das Wort einmal... Das hat schon geschrieben beim Leuchtturm! Genau! Deshalb wusste ich das jetzt auch! Deswegen wusste ich's auch! Weil ich dachte so... Was hat... Genau deswegen bin ich auch drauf gekommen, tatsächlich! Weil Zap das vorhin geschrieben hat! Boah, jetzt ist es aber wohl... Jetzt ist es hier ja wohl... Eindeutig! Gesundheit! 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 Gute Besserung! Aids! Was? Oh Gott! Was? Okay, ich weiß nicht, wie das aussieht... Das ist doof! Okay! Eierschalen... Eierschalen... Eierschalen-Sollbruchstellen-Vursauer! Ja, so ungefähr! Ja, so ungefähr! Mein... Mein eines Wort war Silo! Ich weiß nicht wie ein... Silo, ey! Ist das... Ein rundes, silbernes Ding! Gott! Meistens mit Dach! Ja! Es kann auch rot sein! Es kann auch, äh... Zum Beispiel wie ein Statue Valley mit Ziegelsteinen sein! Ah, gut! Und Silo kann auch schwarz sein! Ähm... Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Hä? 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 Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht wie man... Was das ist... Diese... Ich weiß... Ist das einfach nur... Es geht um das graue Ding da! Ja, ich weiß... Ich weiß... Mit acht Pfeilen haben wir das begriffen... Ja... Hä? Äh... Äh... Ich bin... Ich kann auch ein bisschen Liebe in die Ecke meinen... Ah, warte... Fuck! Wie hieß das? Wie hieß das? Wie hieß das? Achso, da... Jetzt ist es easy! Liebe! Liebe! Das ist das Fleisch der Liebe! Das sind die schönsten Herzen, die ich jemals gesehen habe! Äh... Danke, Europa 2! Erster Fall, Bernie! Ja, das ist... Jetzt auch loll! Ah... Der Typ war zu spät! Hm... So... Ähm... Ähm... Oh komm, ich mach wieder das... Ich mach ähnliche Dinge, dann... Muss ich mich nicht anstrengen, so... Ähm... Es ist wirklich die Berg... Achso! Es ist ein Zelt! Mit Armen! So, warte... Ja, wenn ich mal die Berglandschaft habe, dann werde ich die nie nehmen! Och... Oh man! Boah, ja, einfach nur... Was ist das denn für ein Krüppelarm, Alter! Das ist kein Arm! So... Ähm... Mhm... Logisch! Okay... Wie ne Zwiebelbirne, Alter! Hm... Hm... Keine Ahnung, was das heißt, Alter! Ja, ich glaub, das gibt nix! Das war aber nicht schlecht! Ja, weil du es erraten hast! Hättest es nicht erraten, würdest du jetzt sagen, boah, wie schlecht! Hä? Ja, ich glaub, das krieg ich nicht hin! Warte, äh! Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen sollte! Flammenwerfer! Ach ja, genau! Dann durch das! Nicht Feuerlöpfe, sondern Flammenwerfer! Ich mein, ja, da kommt ein rotes Ding raus, deswegen sind ja Flammen und nicht... Wer weiß, wie du Flammen siehst! Hä? Vielleicht hast du ja eine rot-blaue Schwäche! Hä? Hä? Also, aus dem Flammenwerfer kommt auch nichts blaues raus! Rot-blaue, Jürgen! Rot-grün-Schwäche ist es eigentlich, ne? Ja, aber wenn Wasser rauskommt, ist ja blau, um so ein bisschen zu... Aber aus dem Flammenwerfer kommt kein Wasser raus! Aus dem Feuerlöscher kommt kein Wasser raus! Was habt ihr für Feuerlöscher? Ich dachte gerade an Feuerlöscher im Sinne von diesem Schlauch, weil der Feuer wäre okay! Ja, das ist dann ein Wasserschlauch, aber was zur Hölle? Ist das ein schwarzes Loch oder wie? Das könnte ein Tier sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher! Ja, du geh! Ja, ich wünsch dir hier! Okay, ist es doch kein Tier! Oder es reint jemand drauf! Was zur Hölle ist das? Hm? Hä? Aaaaah! Ja, Porto! Ja, Porto! Ja, immer dieser Aha-Effekt, wenn man es dann weiß! Ja, jetzt ist er noch ein Orangen dazu gebraucht! Smash! Das macht... Ein bisschen... Aaaaah! 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 Mach mal eine Abmode hier leider! Ja! Abmode! Ciao! Beste Abmode aller Zeiten! Ciao!